heute bin ich für einen tag ein taxifahrer ich fahre die tage zuhause früh ist taxifahr das ist laut das war was ich wie diese englische fahrweise mit und Gut. Ich bin nicht gewagt hier. Wie verlasse ich diese Karte wieder? Gerade auch so nahe abbiegen. Mal mit der Landstraße weiter. Ey, ich krieg diese Karte gar nicht für den Charter. Das Spiel leckt irgendwie, wagt wirklich hoch. Wow. Cool, jetzt hab ich wieder... Ja, das war's so. Und das so. Ja, ich weiß, dass man 40 fahren darf. 40, 40, 40, 40. 40, 40, 40, 40, 40. Auf diese Spur muss ich kommen. Da hier. Das ist... Mal sehen, wann wir Fahrgäste finden. Aber mir fällt es für eine Sache ein. Wer kennt eigentlich, ist es für 24 Tage bis 28 Tage, glaub ich hieß es. Wie... Ah, da erinnert mich etwas diese... Was schwer... Und dass sie keine Zunge, sogar nach dem Kalipz ist. Also nächste Kreuzung dann wieder abbiegen, wenn ich... ich ins nirgendswo fahren will aber so schlecht ist dieses gewalt gar nicht geworden sogar mit nur dass diese umgebung sehr einsam sich fühlt die schlechte aufwanderlieder hier fahrne ich als ja gestern 50 aber dieses fahrzeug wird zu langsam und ich dachte so was meine details hier oder hier sogar die schilder sind voll gut geworden so damit strich wenn ja will auf dem film es passt hier sieht man sogar baustelle hier kann man auch ich kann mich damit bei dieser welt hier nicht aus also ich hier oder hier Ja, deswegen ist das Spiel ja noch nicht komplett fertig. Abloh, es war ein Fett auch nicht überholt. Es war gelb, also so grün. Ich weiß nicht, dass ich die Lampampel hatte wenig. Wenn ich in die Stadt fahre, wo viele Fahrgäste sein müssen. Ja, also wir sind hier in der englischen Großstadt. Ich habe keine Idee. Ich weiß nicht, dass ich die Lampen hatte. Ich weiß nicht, dass ich die Lampen hatte. Meine Haustel wird selber. Wo ist so laut, führst du hin? Der Typ, das muss auf was nichts heißt. Was will der Typ defend, also auf komplett falsche Richtung? Dieser Taxi Ich glaub nicht, dass mein Wagen hier wieder findbar sein wird. Doch, mein Taxi ist dort. Der überrückt mich sicherlich nicht. Idiot. Oh, was... Warum fahr ich noch rein? Nur einen Tag. Hey, gib mir das Auto. Ich glaube jetzt das Auto einfach. Ich hab einfach keine Lust mehr zu fahren. AAHUHJDfol Ich will das Auto fahren. Ich glaube, ich werde das Auto hier nochmal kommen. Hey, ich lasse jetzt auch mal vorfahren. Ich glaube, mein Wagen ist kaputt. Mein Wagen ist wirklich kaputt. Ich glaube, ich habe meinen Wagen hier irgendwie kaputt gemacht. Ich sag doch, dass mein Wagen hier kaputt ist. Ah, jetzt funktioniert mein Wagen wieder. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein Schloss. Das ist nicht. Ich kann diese Saison auch klauen. Ich würde schon genau das kennen. Hey, das hat gar keiner mehr. Aber etwas erinnert mich die Hose nach mir stabil. Falls hier die... ...misskant ist so gut. Nur etwas. Egal, das wäre es auch mit meinem Tag als Taxifahrer. Man lange habe ich erfolgreich geschrottet. Nein, du fährst nicht mehr zurück. Du fährst jetzt. Du bleibst hier. Hä? Mein Wagen ist verflucht. Ich glaube, ich habe es irgendwie verpackt. Hä? Das wäre es auch mit dem Video. Ich glaube, das wäre es auch mit dem Video. Nicht so wenig. Like dazu lassen Sie es. Bis nächstes Mal. Bye-bye.